Erste Bilder Verliebt sich Daniel doch in Janine Christin? Gibt das Schicksal ihnen eine zweite Chance? Eigentlich saß Bachelor-Teilnehmerin Janine Christin Wallart, 22, in der vergangenen Folge quasi aufgepackten Koffern, die Rose, die sie am Ende von Daniel Wülz, 32, erhalten hat, war eigentlich für die abtrünnige Konkurrentin Samira Klamflü bestimmt. Erste Fotos eines Einzeldates von und Christin zeigen nun aber, trotz fast Abfuhr könnten zwischen den beiden die Funken fliegen. Bevor die Familien seiner Kandidatinnen bei den Homedates kennenlernt, darf sich Christin über ein privates Stell-Dich-Ein mit dem Immobilienmakler freuen, die 22-Jährige und ihr 10 Jahre älterer Rosenkavalier schippern in trauter Zweisamkeit über einen See. Die Frieserin, die wenige Folgen zuvor schon einen intimen Liebesbrief geschrieben hat, will ihre große Chance nutzen, sich ein für allemal nicht nur in seinem Gedächtnis, sondern auch in seinem Herzen zu verewigen. Schließlich stand ihr Glück mit dem Bachelor vergangene Woche auf der Kippe. Die Rose, die eigentlich schenken wollte, hatte zunächst freudestrahlend angenommen. Doch das war möglicherweise ein Fehler, wie sie rückblickend bemerkte. Es war kein cooles Gefühl und ich habe mich wirklich wie ein Trostpreis gefühlt. Ich überlege wirklich, ob es die richtige Entscheidung war, kommentierte sie die spontane Wahl im Netz. Auch X-Konkurrentin Samira bezweifelte, dass Daniels Gefühlswandel von Dauer sein könnte. Was glaubt ihr, kann aus der Trostrose noch ein Hauptgewinn und aus Janine Christin und Daniel ein Paar werden? Stimmt ab! Stimmt ab! Stimmt ab! Stimmt ab! Stimmt ab!